Hallo liebe Sternfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video der Sternwartehof. Heute wieder zur Monatsvorschau, diesmal für den Juli 2022. Wie jedes Mal verwenden wir die freie Soft Vestellarium zum Darstellen vom Sternenhimmel. Die könnt ihr euch dann selber auch kostenfrei für euren Computer herunterladen und dann auch selber zu Hause den Sternenhimmel entsprechend anschauen und halt vor eurer Beobachtung planen und auch diese Objekte, die ich euch heute wieder zeigen werde, eben auch nachvollziehen. Es soll heute wie immer darum gehen, Konstellationen von Planeten und Mond euch zu zeigen, die schon mit dem bloßen Auge sehr gut sichtbar sind, wofür man kein optisches Hilfsmittel braucht. Solche Konstellationen sind dann auch immer schön mit einem Weitwinkelobjektiv zu fotografieren. Da braucht ihr auch dann bloß ein Stativ und keine extra astronomische Nachführung dafür. Das heißt, dass es für absolute Einsteiger immer gut geeignet. Und dann im zweiten Teil schauen wir uns ein paar sogenannte Deep-Sky-Objekte an, also Objekte, die sich außerhalb von unserem Sonnensystem befinden. Für diese Objekte ist es dann schon sinnvoll, dass ihr meist ein Fernglas habt, aber ich bemühe mich immer, Objekte auszusuchen, die man auch schon mit dem Fernglas erkennen kann. Natürlich ist die Beobachtung mit einem Teleskop immer viel besser und viel eindrucksvoller, aber natürlich hat nicht jeder ein Teleskop zu Hause. Ja, soviel zur Einleitung. Wir wollen gleich starten. Wir sind hier am 1.7.22, um 21.30 Uhr. Das heißt, die Sonne ist jetzt gerade untergegangen. Wir haben jetzt noch die helle Dämmerung. Und wie ihr schon ja, seht oder natürlich auch selber wisst, im Juli ist es immer noch, ja, sehr lange hell und wird auch sehr bald wieder hell in der Früh. Das heißt, das ist noch so ein Monat, jedenfalls am Anfang bis Mitte des Monats, wo halt die astronomische Beobachtung hier in Deutschland ja recht eingeschränkt ist. Also man kann so sagen, zwischen 0 und 2 Uhr wird es schon einigermaßen dunkel, jedenfalls hier auf dem 50. Breitengrad, wo sich Hof befindet. Weiter nördlich ist es dann natürlich immer schwieriger. Zum Ende des Monats wird es aber dann schon wieder richtig dunkel. Das heißt, hier auf dem 50. Breitengrad gibt es dann tatsächlich auch wieder oder überschreiten wir tatsächlich wieder die astronomische Dämmerung zur dunklen Nacht und Ende des Monats wird es ungefähr um 23.45 Uhr passieren. Und langsam hell wird es dann wieder ab 3 Uhr morgens. Das heißt, dann kann man auch wieder ja vernünftig und gut bei richtig dunklem Himmel beobachten. Wie gesagt, das soll euch jetzt nicht davon abhalten, auch Anfang des Monats mal zu beobachten. Das geht immer noch zwischen 0 und 2 Uhr. Ja, wir sehen hier am Anfang des Monats den zunehmenden Mond als sehr schmale Sichel in der hellen Dämmerung. Da ist es natürlich fraglich, ob ihr die jetzt bereits schon am 1. sehen könnt, aber in den weiteren Tagen nimmt der Mond natürlich weiter zu. Ich zoome mal etwas raus. Ihr seht hier, wir sind hier fast genau im Westen und so ab den 3.7. sollte man die zunehmende Mondsichel dann schon gut am Nachthimmel bzw. in der Dämmerung erkennen können. Wir gehen jetzt einfach mal eine Stunde von der Zeit nach vorne und da seht ihr, da steht der Mond immer noch über dem Horizont ein ganzes Stück und da könnt ihr ihn dann, ja, in dieser Sichelgestalt wunderbar beobachten. Das aschgraue Mondlicht hier, was Stellarium auch so schön darstellt und eben halt die beleuchtete, also die sichtbare beleuchtete Seite hier mit dem Marecrisium, immer ganz klassisch beim zunehmenden Mond, immer eine ganz besonders schöne, ja, Ansicht, wie ich finde. Zum Mond habe ich euch ja schon nochmal ein Video versprochen zu dem Virtual Moon Atlas. Das muss ich leider ein bisschen verschieben. Ich werde es wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Ich nehme das Video jetzt schon Mitte Juni auf und ja, in ein paar Tagen geht es für uns von der Sternwarte mit einem größeren Team los nach La Palma zum Beobachten für zwei Wochen und da, ja, wird es vielleicht den ein oder anderen kleinen Livestream oder ein kleines Video von La Palma geben. Da will ich euch aber jetzt noch nicht so viel versprechen. Wir kennen jetzt noch nicht die technischen Möglichkeiten, hinsichtlich Internet dort, aber deswegen muss das Video zum Virtual Moon Atlas ein bisschen warten, bis wir wieder da sind. So, aber jetzt zurück zu unserem Freund den Mond. Den nehmen wir dann gleich mal her, um, denn der begegnet einigen Planeten, am Morgenhimmel allerdings immer noch, sehr schön in diesem Monat, allerdings in der zweiten Monatshälfte, da gehen wir etwas vor. Am 13. des Monats haben wir, haben wir Vollmond. Wir müssen jetzt auch wieder an den Morgenhimmel springen, sagen wir mal 3 über 35 und hier erkennt ihr, jetzt bin ich ein bisschen zu weit, ich wollte eigentlich zum 16. Und hier seht ihr jetzt unseren Mond, kurz nach Vollmond, einige Tage und hier steht er dann schön unterhalb von dem Saturn. Wir sind jetzt hier ungefähr um 3.30 Uhr, so um 3 Uhr, also auch in der dunklen Nacht ist das noch möglich zu beobachten. Der Saturn ist jetzt im Juli schon gut beobachtbar, im August erreicht er seine Opposition, also seine ja beste Beobachtungsstellung, wo er scheinbar der Sonne am Himmel gegenüber steht und wir können natürlich beim Saturn vor allen Dingen das markante Ringsystem beobachten, aber auch einige seiner großen Monde, zum Beispiel den Titan, den einzigen Mond im Sonnensystem mit einer dichten Atmosphäre. Ja gut, der Saturn mit seinen Ringen, dafür braucht ihr natürlich ein Teleskop im Fernglas, sind die noch nicht sichtbar, da fehlt einfach die Vergrößerung, weniger die Öffnung. Also die Saturnringe kann man mit jedem Teleskop, das sage ich jetzt mal so 30-fach plus vergrößern kann, beobachten. Das muss auch kein gutes Teleskop sein, wenn ihr ein ganz einfaches Kaufhausteleskop zu Hause habt. Einfach mal probieren, auf den Saturn das auszurichten und vergrößern und ihr werdet auf jeden Fall die Saturnringe sehen. Die Cassini-Teilung erfordert dann schon ein bisschen, ja, bessere Instrumente, aber trotzdem den Planeten und den Ring außenrum werdet ihr auf jeden Fall erkennen können. Das ist überhaupt keine Schwierigkeit. Wir zoomen mal wieder raus, der Mond sozusagen als unser Wegweiser zu den Planeten. Wenn wir jetzt ein paar Tage vom 16.07. aus weiterspringen, dann kommen wir am 19.07. zum Jupiter, zum größten Planeten des Sonnensystems. Auch der ist jetzt eigentlich schon ein Objekt der zweiten Nachthälfte, kann da schon sehr gut beobachtet werden. Und wir zoomen auch mal hier etwas rein. Der Mond nimmt jetzt weiter ab und hier beim Jupiter sehen wir dann ja das klassische Erscheinungsbild mit den zwei dominanten äquatorialen Wolkenbändern und hier um die Ecke kommt jetzt sogar schon der große rote Fleck. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, was es hier für ja Durchgangszeiten oder für Jupiter-Mondereignisse gibt. Also Jupiter-Mondereignisse meint, dass die vier großen galiläischen Monde ab und zu vor dem Jupiter vorbeiziehen, dabei einen Schatten auf den Planeten werfen. Das sind immer sehr, ja, photogene und auch sehr, sehr beeindruckende visuelle Beobachtungsmöglichkeiten. Allerdings braucht ihr dafür halt natürlich auch ein Teleskop und dafür reicht dann, ja, das kleinste Teleskop der Welt auch nicht mehr aus. Also da soll es schon ein bisschen größer sein, also so ein 70-80 Millimeter Refraktor zum Beispiel. Damit kann man solche Schattendurchgänge vor dem, also auf der Jupiter-Oberfläche wirklich schon gut beobachten. Natürlich je größer, desto besser und natürlich muss da auch das Seeing, also die Luftunruhe mitspielen, dass wir den Planeten auch überhaupt richtig scharf abbilden können. Aber da beginnt jetzt wieder die gute Beobachtungszeit für Saturn und Jupiter. Jetzt im Sommer und für Jupiter dann eher so, ja, im Spätsommer, Herbst. Wir gehen wieder drei Tage weiter und sehen dann, am 22.07. steht die nun wieder deutlich schmäler gewordene Mondsichel in der Nähe von dem roten Planeten Mars, der sich jetzt auch langsam von der Beobachtbarkeit verbessert. Das Planetenscheibchen wird jetzt auch im Laufe des Monats auch wieder ein ganzes Stück größer. Der Mars ist aber immer noch relativ weit entfernt und sehr klein. Das heißt, ja, mit großen Teleskopen oder wenn ihr halt Spezialist für Planetenbeobachtung seid, kann man da schon Oberflächendetails erkennen und auch fotografisch festhalten. Aber der Mars hat ja noch etwas Zeit bis zur Opposition im Dezember diesen Jahres. Das heißt, hier kann man schon mal einen Blick drauf werfen, wenn man Teleskop hat, aber es ist jetzt noch nicht so ergiebig, den Mars zu beobachten. Da ist eher die schöne Konstellation zwischen der abnehmenden Mondsichel und dem roten Planeten, vielleicht auf einem Foto oder so, wirklich eine schöne Sache, die man machen kann. Und man kann jetzt hier zum Beispiel mal so ein Weitfeldfoto machen, wo man den Saturn, den Jupiter, den Mars und eben auch den Mond mit im Bild hat gemeinsam. Das ist auf jeden Fall auch eine schöne Möglichkeit und ist natürlich auch beeindruckend, wenn man das am Nachthimmel sieht. So, und wir gehen jetzt zum Ende des Monats, am 26. und am 27. Da müssen wir allerdings von der Zeit her auch etwas fortschreiten, also so gegen vier Uhr ungefähr, geht die Venus auf im Nordosten und auch hier wird dann jetzt die ganz schmale Mondsichel in der Nähe der hellen Venus stehen. Auch das wird wieder ein, ja, eine schöne Gelegenheit sein, hier Venus und Mond gemeinsam im Gesichtsfeld von einem Fernglas zu haben. Ob man diese, ja, ganz schwach beleuchtete Mondsichel so niedrig am Horizont mit dem bloßen Auge schon sehen kann, ist immer recht schwierig. Wenn ihr da erfahren seid, dann funktioniert das als Neueinsteiger. Zum Beispiel würde ich euch empfehlen, auf jeden Fall ein Fernglas zu nehmen und dann mal nach Nordosten zu schauen und dann die helle Venus findet man relativ leicht am Horizont und dann etwas oberhalb davon erkennt ihr dann auch die schwache Mondsichel. Am letzten des Monats möchte ich euch kurz nochmal, ja, zum Mars schwenken. Ihr seht jetzt hier schon das Label, da steht der Mars relativ nahe, ja, Gasplaneten Uranus. Ja, einer der äußeren Planeten, nur noch der Neptun ist weiter von uns entfernt und der Uranus ist, ja, so an der Grenze zwischen dem, was man mit dem bloßen Auge vielleicht noch erkennen kann unter sehr dunklem Himmel, allerdings im Fernglas auf jeden Fall gut zu sehen. Und hier hat man dann zum Ende des Monats auf jeden Fall den Mars als Aufsuchhilfe da. Also ihr müsst jetzt nicht genau den 31.07. abwarten, wir können jetzt hier mal zurückgehen. Ihr seht schon hier, der Uranus ist auch die Tage vorher und natürlich auch danach, da nähert es sich sogar noch ein bisschen mehr an, im August in der Nähe des Mars zu finden. Und da ist der Mars dann einfach eine gute Aufsuchhilfe für den Uranus. Also wer den Uranus noch nie gesehen hat, kann da hier mal versuchen, den zu erwischen. Also wie gesagt, das ist auch mit dem Fernglas kein Problem. Vielleicht, wenn ihr einen sehr dunklen Himmel habt, könnt ihr den auch schon mit bloßem Auge erkennen. So, jetzt befinden wir uns wieder am ersten des Monats um 0 Uhr. Das heißt, ab da könnt ihr am Monatsanfang schon unter recht dunklem Himmel beobachten. Und ich möchte euch jetzt einige schöne Objekte zeigen, die für das Fernglas auf jeden Fall geeignet sind. Also das erste Objekt in Anführungszeichen jetzt im Juli, August und Anfang September ist natürlich das Band der Milchstraße, der sich jetzt hier quasi direkt über uns erstreckt. Vor allen Dingen jetzt dann zum Ende des Monats besonders beeindruckend beobachtbar und den ganzen August hindurch. Ihr seht den Skorpion, den wir uns letzten Monat mal angeschaut haben. Der ist auch noch gut zu sehen, den könnt ihr auch noch weiterhin beobachten mit dem Antares und dem Kugelsternhaufen hier im Schlangenträger, den ich euch gezeigt habe. Aber heute wollen wir uns mal dem Band der Milchstraße widmen. Ihr könnt einfach mal euer Fernglas schnappen und mal durch diese ganzen Dunkelwolken und Sternansammlungen von der Milchstraße einfach mal ja durchsurfen sozusagen. Müsst ihr jetzt auch nicht unbedingt die Objekte kennen, wenn ihr jetzt das zum ersten Mal macht. Das ist auf jeden Fall extrem beeindruckend, vor allen Dingen natürlich unter einem sehr dunklen Himmel. So ein bisschen schade, bei uns kommt das Zentrum der Milchstraße, der sich hier befindet, leider nicht weiter über den Horizont. Da muss man halt dann in südlichere Gegenden. Das ist auch ein Grund für unsere Reise nach La Palma zu dieser Jahreszeit. Und ihr erkennt schon hier in der Milchstraße, das ist, die ist komplett durchzogen von Dunkelwolken, die halt das Sternenlicht aus dem Hintergrund quasi absorbieren. Und dann gibt es einige Stellen, wo halt diese Materie nicht so dicht ist, wo man durchschauen kann zum Sagittarius-Spiralarm, der sich sozusagen Richtung Zentrum der Milchstraße befindet. Und ein solches Guckloch sozusagen finden wir hier, das kann man auch hier relativ gut sehen. Das ist M24, das ist die kleine Sagittarius-Wolke. Ich zoome mal noch ein bisschen näher rein. Das ist sozusagen ein Ausschnitt aus diesem Sagittarius-Spiralarm, wo wir durch Zufall eben wenig Abschwächung des Lichts haben. Normalerweise wird in diese Richtung das Sternenlicht um 20 bis 30 Magnituden abgeschwächt. Also ein Stern, der sonst normalerweise mit dem bloßen Auge super zu sehen wäre, ist dann selbst mit großen Amateurfernrohren nicht mehr sichtbar. So extrem ist diese Abschwächung. Und hier haben wir eben so einen Bereich, wo wir relativ ungehindert, relativ weit Richtung Zentrum der Milchstraße schauen können. Also diese Sagittarius-Sternwolke ist ungefähr 10.000 Lichtjahre von uns entfernt und ist recht markant unter dunklen Himmel als Aufhellung in der Milchstraße schon mit bloßem Auge sichtbar. Und mit dem Fernglas kann man natürlich dann diese Wolke in Einzelsternen teilweise auflösen. Und im Teleskop ist das auch spannend, hier durchzuschauen, dass hier auch einige eingebettete offene Sternhaufen gibt. Und ja, für die Fotografen vielleicht ganz kurz hier unten gibt es noch eine schöne Kombination aus Reflexions- und Emissionsnebel. Hier die zwei kleinen Reflexionsnebel NGC 6595 und 6589. Und der IC, da muss ich ablesen, 1284, hier dieser schöne Emissionsnebel, der so rötlich leuchtet. Das nur als kurzer Hinweis, also die sind relativ schwach. Bei uns wird man die mit Fernglas schwierig erkennen. Wenn ihr wirklich Superhimmel habt, vielleicht in den Alpen oder wo, da könnt ihr vielleicht mal versuchen mit einem, ja, Fernglas mit 50 mm Öffnung aufwärts, ob man diese diese Nebel schon erkennen kann. Aber auf jeden Fall die Sagittarius-Sternwolke ist auf jeden Fall so ein super Objekt, das man auf jeden Fall mitnehmen sollte. Wenn ihr euch dann schon bei dieser Sagittarius-Sternwolke befindet, kann man Richtung Norden gehen und dann trifft man auf den Omega-Nebel, den Messier 17. Den, also das ist meiner Meinung nach einer der Nebel, den man ja mit am besten eigentlich durchs Teleskop beobachten kann. Der ist sehr hell. Sieht man dadurch auch im Fernglas sehr schön als ausgedehnten verwaschenen Fleck. Und auch die Bezeichnung Omega-Nebel, also das bezieht sich hier auf diesen Bogen, den man jetzt hier fotografisch durch die Tiefe der Berichtung nicht mehr so ganz herauskommen sieht, weil halt dazwischen auch viel, viel Nebel ist. Sieht halt ein bisschen aus wie das Omega aus dem griechischen Alphabet. Wird auch Schwanennebel genannt. Der steht quasi auf dem Kopf, also hier hat man den Schwan quasi, der hat hier so seinen Hals und sitzt halt hier mit seinem Körper sozusagen auf dem Teich und schwimmt da entlang. Ich zeige euch hier mal auch noch ein Bild, das ich aufgenommen habe. Da seht ihr auch schon, in der Nähe befindet sich auch noch der M16, also der Adlernebel, wobei M16 eigentlich den Sternhaufen meint. Der Nebel, der eingebettet ist, hat keine Messier-Bezeichnung, den hat Charles Messier nicht entdeckt, sondern nur halt den Sternhaufen. Aber der M17, wie gesagt, ist auch eines meiner Lieblingsobjekte am Sommerhimmel. Der steht bei uns ja noch relativ hoch, also im Moment, ich klicke mal da drauf oder auch nicht. Ich muss mir die Suche verwenden. M17 und ihr seht schon, so richtig hoch kommt der zwar auch nicht, aber steht eben auch noch deutlich höher als jetzt hier die Objekte, die halt hier südlich in der Milchstraße zu finden sind. Also das ist auf jeden Fall auch ein Highlight und den solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Und ich habe es ja jetzt schon gesagt, noch mal weiter nördlich davon findet ihr dann auch den Adlernebel und hier sind natürlich besonders im Zentrum bekannt diese sogenannten Säulen der Schöpfung von den ja berühmten Aufnahmen vom Hubble-Weltraumteleskop. Visuell beobachten lassen die sich nur mit sehr großen Instrumenten. Aber den Sternhaufen selber könnt ihr mit dem Fernglas schon gut sehen. Die Nebel, ja der ist jetzt nicht so wirklich hell, da würde ich euch empfehlen, nehmt ihr schon ein Teleskop. Wie gesagt, wenn ihr sehr dunklen Himmel habt, könnt ihr den natürlich auch schon mit dem Fernglas entdecken. So, das sind jetzt die Objekte, die wir uns sozusagen jetzt in diesem Monat hier anschauen wollen. Die stehen ja relativ hoch für so südliche Objekte in der Milchstraße. Ganz guter Tipp ist hier auch noch, wenn ihr weiter ja sozusagen der Milchstraße nach Norden folgt. Im Schild gibt es noch eine schöne Sternwolke, die entsprechend Schildwolke heißt. Ja, da habe ich glaube ich im letzten Jahr schon mal drüber gesprochen. Da könnt ihr euch ja das Video noch mal anschauen. Hier mit dem Wildentenhaufen, der hier eingebettet ist. Das ist auch super für Beobachtung mit Fernglas, aber auch die Wolke an sich schon mit dem bloßen Auge. Und als Abschluss möchte ich euch da noch ein extrem südlich stehendes Objekt, das südlichste Messier Objekt zeigen und zwar ist das M7. Das ist ein offener Sternhaufen, den ihr hier seht, der bei uns nur knapp über den Horizont kommt. Der ist allerdings so hell und so groß, dass wir ihn trotzdem sehen können. Da braucht ihr allerdings eine gute Durchsicht zum Horizont hin und am besten auch das Fernglas. Und dann einfach mal so in der Milchstraße nach Süden wandern und da dann ja bis an den Horizont und dann mal ein bisschen hin und her schwenken und dann habt ihr irgendwann diesen Sternhaufen im Gesichtsfeld eben Messier 7. Der ist 3,3 Magnituden hell, also ähnlich, ein bisschen schwächer als die Pleiaden zum Beispiel. Er steht natürlich bei uns sehr, sehr südlich und dadurch ist er bei weitem nicht so auffällig, wie er am Südhimmel ist. Der ist auch nur 800 Lichtjahre von uns weg, enthält ungefähr 100 Sterne, ist also relativ reich und lohnt sich auf jeden Fall auch mal mit dem Fernglas angefahren zu werden. Wie gesagt, das südlichste der Messier-Objekte liegt zwischen Schützen und Skorpion, gehört offiziell noch zum Sternbild Skorpion dazu und vor allen Dingen, wenn ihr mal etwas südlicher unterwegs seid, vielleicht fahrt ihr ja in Urlaub, Spanien, Griechenland oder ähnliches, da habt ihr vielleicht die Möglichkeit, euer Fernglas mit in den Koffer reinzulegen und da könnt ihr auch mal schauen, wie das Objekt dann einige Grad südlicher ausschaut. Das macht nämlich schon einen deutlichen Unterschied, wenn wir dann etwas höher stehen. Ich habe den auch schon mal fotografiert vor drei Jahren auf La Palma. Ja, da ist man natürlich dann deutlich in deutlich besseren Positionen für diesen Sternhaufen, aber wie gesagt, bei uns kann man auf jeden Fall mit dem Fernglas auch beobachten und es muss jetzt nicht das super extrem gute Wetter sein, aber es sollte schon eine gute Durchsicht zum Horizont vorhanden sein. Ja, und dann zum Schluss möchte ich nochmal hinweisen auf die leuchtenden Nachtwolken, die sind auch im Juli noch präsent, Richtung Norden, Nordwesten, Westen, könnt ihr die in der Abenddämmerung vielleicht erhaschen, wenn es welche zu sehen gibt. Ja, als bläuliche Schleier, die sich so über den Horizont ziehen, das sind immer ganz besonders und spannende Beobachtungen. Das sind Wolken, die sich in sehr großer Höhe über 80 Kilometer hoch bilden und dort eben immer noch von der Sonne angestrahlt werden, jetzt in den hellen Nächten. Und alle anderen Wolken, die sind deutlich niedriger und werden dann eben entsprechend nicht mehr angeleuchtet und sind dann schon dunkel da. Dadurch könnt ihr das auch unterscheiden, ob das jetzt wirklich neuchtende Nachtwolken sind oder eben ganz normale Wolken. Gut, dann bedanke ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch viel Spaß bei den eigenen Beobachtungen und vor allen Dingen Clear Skies und bis zum nächsten Mal.